Das war der Mann, Andreas Kreml. Es gibt den Kampf im Schwergewicht, 91 Kilogramm. In der roten Ecke Vitalius Subatius, Motor Babelsberg und in der blauen Ecke Stefan Sittner, Motor Oslo. Ring frei, Runde 1. 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 Ja, geht's gleich satt? Ja, und. Seid, fein! Seid, fein! Seid, fein! Seid, fein! Oh, ey, Gott, ich bin so ein Schiefer. ... und auch zu machen. ... und wissen halt, warum sitzt jemand tun? ... aber man, man! ... und wir hören nicht. 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 Aber du liebst den Start. Ich darf Ihnen vorstellen, in der roten Ecke, Vitalius und Matius, 32 Jahre alt, 85 Kämpfe, 68 Siege, mehrfacher Meister von Litauen, Teilnehmer in Europa, Weltmeisterschaften sowie an den europäischen Spielen. Vitalius und Matius. ... und Matius. ... und die Ecke, ... und die Ecke. 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 Jetzt muss doch mal was passieren. Jetzt muss doch mal was passieren. Ich sprüge Stefan, Stapier! Ich sprüge Stefan! Ich sprüge Stefan! Ich sprüge Stefan! Ja! Ich genieße, ich sprüge Stefan! Ja! Der Mann! 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 Der Mann!